Ach ja, mein Lieblings-Sniper. Ich mag Panzer. Bestätigt, Sir. Verstärkung abgeladen. Das erledige ich, Sir. Wir sitzen fest. Bestätigt, Sir. Verdammt. Wo ist die... Feindliche Heimel? Ja, Sir. Ich tue mein Bestes. Ja, der Sniper. Der ist vertreten. Der ist vertreten. Benutzen will. Genau mein Gedanke. Verdammt, Stuhl. Wir wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ja, denen haben wir es gezeigt, dass man sich mit uns nicht anlegt. Sieht aus, als könnten wir zusammenpacken. Major, sehen Sie das? Was zur Hölle? Sie kommen durch die Schilde. Diese Dinger sind keine Terraner. Das kann nicht sein. Sie greifen die Zivilviertel an. Warte, das ist mein Zuhause, Antonia. Wir müssen sie aufhalten, Angelus. Gehen Sie sofort herein mit allem, was Sie haben. Vergab doch mal sofort! Äh, okay. What? Was sind das denn? Wahrscheinlich die Dinger, die da am Anfang gewesen sind auf dem Bild. Ach, mein Gott. Einfach an Zivilviertel hier anzugreifen. Schämtheit. Ein, was ich habe, sagten Sie? Gerne. Ach ja, er hat mich noch rund. Ja, Sir, sofort. Ja, Sir. Jetzt versuchen, Sir. Tja, alles, was ich habe, steht hier. Überlassen Sie das mir! Neuer Feind entdeckt! Ich muss also dieses Ding einnehmen, ich jetzt nicht. Was ist das? Sie sind überall! Überlassen Sie das mir! Bestätigt, Sir! Ich hätte das mit der Ant... Wow, der Ant... Überlassen Sie das mir! Das erledige ich, Sir! Gut. Bestätigt, Sir! Feind entdeckt, Sir! Sir, wir haben einen! Neuer Feind entdeckt! Ach, die Tyraner hat auch noch schon mal mehr. Ja, genau. Sir, wir haben einen! Das gewinnen wir! Wir haben gerade eine Landetzung verloren! Neuer Feind entdeckt! Was? Ach so, wir sind leer. Wir haben gerade einen Landetzung verloren. Ah, Mist. Ach, jetzt landen wir auch noch. Ich hätte mir schon früh... Verdammte Hölle! Es sind Vironen, Angelus! Die verdammten Eben setzen Vironen ein! Sir, wir haben einen! Vironen versinken sich nie mit anderen Völkern, Major. Soweit ich weiß, hat man ihn in den letzten 100 Jahren noch nur gesehen. Tja, sieht aus, als wollten Sie gemeinsam mit den Imperial-Dreckskerlern Kampag feiern! Siegen es hinüber! Noch ein Schicht um mein Bestes! Achtung! Feinde! Auf die Daut unterwerfen Sie sich gar nicht. Den vermuten... Wir liegen unter schweren Beschuss. Sir, wir haben einen! Überlassen Sie das mir! Dann werdet ihr die dummen Spreue doch ans Knie und der Schraube in diesen Haunen? Hättet ihr eure Schnüffel-Nasen lieber nicht schenken sollen! Ignis, hinüber! Ohne? Ja, Sir. Nicht um mein Bestes! Ignis, hinüber! Komm schon, ich muss überlegen. Volltreffer beim Legner bestätigt! Gut. Ignis, hinüber! Wir ruhen! Wir ruhen! Na dann. Wir haben eine Landezone gesichert! Sniper für die Landezone. Beide Panzer ist mir ausmacht. Beide Panzer ist mir ausmacht. Wir sind in der Schlange! Überlassen Sie das mir! Gott. Alle wieder voll. Oh. Ich glaube, ich muss dich einnehmen, würde ich mal sagen. Überlassen Sie das mir! Mist, Kerle. Gut. Verstärkung abgeladen! Drei Sniper? Genau mein Gedanke! Elf mir! Okay, ich gehe wieder ins Bett. Betrachten Sie es, als erledigt! Genau mein Gedanke! Zack! Noch mehr Gegner! Woher? Oh, Mist. Erstmal ein bisschen alt. Ich verfolge ein neues Ziel! Sir, wir haben einen! Gegner außer Gefecht! Ich bin da gerade aufgelogen. Sir, wir werden beschaffen! Höh! Ein bisschen grün, ich weiß. Wir werden angegriffen! Es kommen noch mehr Kapseln rein! Verdammt, wir dürfen Sie nicht Fuß fassen lassen! Sie kamen, die Rehlen unter Schweren. Ich muss unter Halt aus, Antonia! Ich komme nur zur Hilfe, Baby! Ja, genau! Ja, Sir! Feind entdeckt, Sir! Ignes hinüber! Entdeckung! Ignes hinüber! Feind entdeckt, Sir! Sir, wir haben einen! Oh, mein Gott! Die Viecher sind hartnäckig! Wir haben eine Siegposition erobert! Schaffen die doch nicht! Achtung! Feinde! Den kann man streichen! Ja, Sir! Verteidigung! Wow, unbedingt! Ich glaube, der ist da erstmal wichtiger, der Panzer. Ja, Sir! Noch mehr Gegner! Ich kann keinen mehr Truppen weniger gebrauchen. Gut geschossen! Tja, Wirrohne weniger. Achtung! Feinde! Nicht um mein Bestes! Gut! Scheint nicht weitergegangen. Wir werden es beschaffen! Wieder Wirrohne! Volltreffer beim Gegner bestätigt! Ignes hinüber! Ignes hinüber! Achtung! Feinde! Ignes hinüber! Verdammt! Sir, wir haben einen! Ich fache die Viecher! Die machen extrem viel Schaden! Ja, Sir! Direkt Upgrade, wenn ich bitten darf! Neuer Feind entdeckt! Wie wir bombardiert werden mit Vironen! Ungrossverwalt! Kermel! Neuer Feind entdeckt! Nein! Vieh, claims nicht um dieить! Wir sehen sie währenddessen, wie man ris fart也是 darauf reagieren! Das war's schon! Wir müssen uns beeilen. Wo ist der Nächste? Überlassen Sie das mir! Das wird hart. Aber ich glaube, bei dem Level schaffen wir das noch. Cool, ich kann was Lustiges. Was ist das? Oh nein, bitte nicht, wie er diese Perspektive macht. Wow, cool, es geht ja noch höher. Das erledige ich, Sir. Tu das. Ach, da drüben stehen nur meine restlichen Truppen. Lass die Worte stehen. Überall wie rohlen hier rumlatschen. Oh, das ist ein Spiel für mich. Verdammt, ich hasse den. Wir haben eine Siegposition erobert. Gut, nix, please. Hoffentlich nehmen die die jetzt nicht wieder zurück. Das war der Nächste. Aber naja. Was ist denn in diesem Haus drinnen? Ähm, Schränke. Naja, wenigstens überhaupt was im Haus drinnen. Ich hab ne Idee. Hier lang. Und... Hier verteidigen. Dann geht's schneller, dann können die anderen schneller fahren. Neuer Feind entdeckt! Ich erledige das für Sie, Sir. Ach, so viel ist das. Achtung, Leute! In Deckung! Wir werden verkauft! Tja, geht erst. Ja, Sir. Er braucht Heilung. Ich tu mein Bestes. Wir haben eine Siegposition erobert. Bestätigt, Sir! Bestätigt, Sir! Perfekt. Perfekt. Und weh, ich musste ich jetzt auch noch machen. Das wäre so nervtötend. Neuer Feind entdeckt! Neuer Feind entdeckt! Wirklich? Wir werden beschafft! Sprung, die Rohmöster. Beinah weniger, der uns Sorgen macht. Achtung, heute! Achtung, heute! Ignis, hinüber! Die nehm ich jetzt. Ja, Sir. Und? Sie müssten wir gewonnen haben, glaube ich. Wir haben sie geschafft, Major! Wir haben sie zurückgeschlagen! Ja! Woohoo! Geschafft! Aber trotzdem. Major! Vielleicht war sie gar nicht hier! Sie war hier, Captain! Meine Antonia war hier! Ja! Oh! Chef! Der General schickt mich sie zu holen. Was jetzt? Kaiserin Vlana hat gerade noch einen draufgelegt. Ja, hab ich gehört. Vironen, hm? Solange ich denken kann, gab sie nur noch in alten Märchen. Aber wie sind die durch die Schilde gekommen? Und warum helfen sie den Imps? Sie sollten lieber fragen, wie wir sie aufhalten können, Sergeant. Ja, und wie geht das? Ja, hier mache ich meinen kleinen Cut. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht's weiter. Falls ich mich mit der Videolänge etwas verzählt habe, könnte es auch sein, dass es irgendwann anders weitergeht. Auf jeden Fall! Ciao!